Grüezi miteinander. Brot, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist auch ein Stück Gesundheit aus der Natur. Und Gobe sorgen selber für die Qualität des Mehl. In den Gobeigenen Müllen werden die verschiedenartigen Getreidesorten, vor allem Weizen, Roggen, aber auch Gersten und Hafer von den Gobe-Müller gemahlen. Und aus den verschiedenen Mehlarten, wie zum Beispiel Weissmehl, Roggenschrot, Rauchmehl, Maismehl oder Gerstenmehl, daraus wachen dann die Gobe-Bäcker die verschiedenen Brotspezialitäten. Gobe-Brot ist eben Brot des Becks. Da zeigt sich das handwerkliche Geschick beim Zöpfchen vom beliebten Gobe-Butter-Zopf. Eine Spezialität mit Milch und reinem Anken. Das Besondere am Kleidenbrot sind die natürlichen Ballaststoffe, besonders wertvoll für die Verdauung. Oder das Halbweissbrot, gerade richtig für herzhafte Konfischnittenen. Ganz speziell ist das Linsamenbrot mit diesen schmackhaften Sesamkörnern. Bei Gobe gibt es aber auch das Vollkornbrot und die feinen Bauernschnitten von Beero. Sie sind speziell gut haltbar. Ein schmackhaftes Spezialbrot für die Äte ist das Gobe-Diabetiker-Brot. Und eine herzhafte Gobe-Spezialität sind die goldbraun-backenen Kiehburgerli. Sie sehen, Gobe ist mit einer grossen Brotauswahl jeden Tag frisch für Sie da. Gobe ist ständig bemüht, Produkte anzubieten, die Ihnen im täglichen Gebrauch mehr Vorteile bieten. Diese bekannten Fruchtsäfte in der leichten Literpackung gibt es jetzt neu als 3 Deziliter Portionen. Gerade trinkfertig. Und jetzt präsentieren wir Ihnen die aktuelle Freizeitmode von Ihrem Gobe-Warenhaus. Eine lässige Kombination im Piratenlook, Grösse 36 bis 44. Ganz schick dazu der Baumwoll-Lamber, ebenfalls in verschiedenen Farben. Freibewegen in reiner Baumwolle. Hosen-Schipp und Bluse in verschiedenen Farben. Herren-Freizeit-Mode im Gobe-Warenhaus. Baumwollhosen mit pflegelichtem Polohemd. Sportlich dazu die Jacke aus reiner Baumwolle, Grösse 44 bis 54. Also ein bisschen Freizeit nehmen lohnt sich für die Mode in Ihrem Gobe-Warenhaus. Und jetzt haben wir noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Basler. Morgen um halb 10 Uhr geht der Merthof auf, das neue Einkaufszentrum in Basel. So, und jetzt schauen wir noch schnell, was es morgen zum Dessert geben könnte. Ja, und bei uns im Kochstudio gibt es eine feine, selbstgemachte Riebli-Dorte. Alles, was wir brauchen, haben wir hier vorbereitet. Zitronenschale, Eier, Zucker, gemahlene Haselnüsse, Mehl, Gewürze und eben Riebli. Diese Masse gießen wir jetzt in eine Springform, die gut eingefettet und mit Mehl ausgestäubt ist, damit der Küche noch nicht anhängt. Dann 50 bis 60 Minuten in den Backofen, die auf 180 Grad vorgeheizt ist. Wenn die Torte ausgekühlt ist, wird sie mit warmer, gehittenen Schlee überzogen. Das ist, damit die Glasur schön glatt wird und nicht in die Torte einsickert. Sobald der Überzug trocken ist, gießen wir die Glasur drauf. Sie ist aus Buderzucker und Wasser glatt geriecht. So, und jetzt noch ein paar Marzipan-Riebli zum Dekorieren. Das Rezept ist in der Coop-Zeitung und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Sie sehen, Coop will, dass Sie als Konsument informiert sind. Aber vielleicht haben Sie gerade eine Idee oder ein Problem, das Sie gerne loswerden wollen. Oder sogar eine Anregung. Rufen Sie uns doch einfach an, und zwar gerade jetzt. Das ist die Nummer vom Coop-Mittwochtelefon. 041 28 12 12. Anrufen können Sie gerade nach dem Ende von diesem Mittwochstudio, und zwar bis am 9. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Danke, dass Sie für uns Zeit haben. Und schauen Sie doch jetzt noch auf die Aktionen. Es sind alles Sachen, die Sie brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Hinterschinken 100 Gramm statt 2 Franken nur 1,50. Coop-Joghurt, jeder Becher an 180 Gramm, ist jetzt sehr abgünstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilo Omo statt 15,90 nur 13,90. 5 Kilo Ariel statt 16,50 nur 14,50. 4 Liter Teddy-Doos statt 5,50 nur 4,50. Ein Bund Tulpen an 10 Stück nur 93,90. Sanguinelli Orange, Netz an 2 Kilo nur 2,50. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Der grüscharme Satrapcon-Kordstaubsauger gibt es jetzt in allen Coop-Center und Warenhäusern mit 2 Jahren Garantie statt für 259 Franken nur für 200 Franken. Hier noch die Nummern für alle, die gerade jetzt anrufen wollen. 041 28 12 12. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017